Und ja, ich würde euch einfach so bitten, hierher zu kommen. Da kommt die Sirene und da kommt der Tommaso. Sirene und Tommaso haben seit inzwischen einem Jahr Minimal Duo gegründet und es sind das erste Mal am 1. Oktober hier in München aufgetreten in Gasteig, im Blackbox. Es war ein super Konzert, bald wird es auch Aufnahmen davon geben, aber ich will nicht zu viel verraten. Und heute ist jetzt in, ich meine so da in der Blackbox waren zwei Flügel auf der Bühne und es ist natürlich ganz anders als was wir heute haben, aber nicht deswegen schlechter. Und ich glaube, dass die Sirene oder Tommaso, was wir dazu sagen? Ich lasse euch allein und gehe kurz in die Regie. Ok. Sind wir im Bild weiter? Buonasera. Buonasera, die Republikum, die Zuschauer. Schön, dass es klappt heute. Und schön, dass die Technik so schön uns alle unterstützt in diesen Zeiten, die schon ein bisschen hart sind. Aber, also wir freuen uns sehr, hier sein zu dürfen und für euch zu spielen. Danke Massimo, danke Frau Göttlich, danke Narciso, danke allen, die diese Veranstaltung organisiert haben. Genau, unsere Duo gibt es schon seit mehr als ein Jahr, aber wir haben genau unsere ersten Auftritte jetzt nach dieser Pandemie, also wenn das wieder möglich war, also im Oktober hatten wir schon ein paar Live-Konzerte mit Publikum und so. Und genau, heute haben wir unser Programm ein bisschen umgestaltet, aber, oder? Also wir werden mal heute ein kleines Teil von unserem Programm vorstellen. Also, dass wir spielen am Anfang John Adams, Alivea Junction, also ein minimalistisches Stück, das aber sehr farbig und abwechslungsreich ist. Und dann machen wir mal dazwischen, als zweiter Moment machen wir eine Impro, also werden wir uns auch selber überraschen, was da passieren wird, auch mit der Unterstützung von Elektronik ein bisschen. Und dann zum Schluss spielen wir mal Four Movements von Philip Glass. Das ist jetzt, Philip Glass ist wahrscheinlich der bekanntesten. Und diese Komponisten sind alle Amerikaner, beide John Adams und Philip Glass. Philip Glass ist natürlich so durch die Vertunung von bekannten Filmen sehr, genau, sehr populär geworden. Und wir hoffen dann einfach so mit diesem Stück ein bisschen eine Einführung in der Welt von Minimalismus, von vielen verschiedenen Seiten eigentlich. Viele Facetten, genau. Ja, fangen wir an. Fangen wir an. Also wir werden ein Stück spielen, also praktisch ohne Pause bis zum Ende und schauen wir mal was passiert. Das bin ich auch neugierig. Okay. Das ist ein Stück. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.